Ha, da sind sie ja. Können sie nicht schlafen? Mein Gott, 22 Uhr. Ja, lohnt es sich ja mal kurz bei mir vorbeizugucken. Das ist übrigens das Endprodukt. Wir erinnern uns. Schmotze, Zwischenstadion, Stoffgewaschen, viel airpoliert. Chassis ist drin. Ich mache gerade die letzten Putzgeschichten hier und versuche noch ein bisschen Glanz rauszuholen. Aber ich schätze, was gelingt uns auch noch. Hier ist ja noch ein bisschen Dreck. So, dann gehen wir mal mit den Polierlatten runter. So, und schauen mal, wie das Ganze jetzt auf Hochglanz ist. So, und für die ganz raffinierten, da habe ich ein kleines Geheimmittelchen in jedem Möbelladen zu bekommen. Dunkle Möbelkorrekturstifte und helle. Gehäuse ist dunkel. Wir sehen hier eine Macke. Das lässt sich auch bei der besten Politur nicht wegmachen. Aber unser Möbelkorrekturstift schwächt diese Macke etwas ab. Und schon, sehen Sie, hier unten auch eine Macke. Und hier. Und schon, sag ich mal, sieht dieses Radio eigentlich schon wieder gut aus. Den Keller entrissen, Ihnen gezeigt, direkt vom Schmotzerfund bis zum Glanzstück. Und jetzt gehen wir ins Bett. Gute Nacht für heute. Okay. Vielen Dank.